Hallo zusammen, euer Bonsai von Nongane. Heute gibt es ein wahnsinns Flanksteak und zwar ein Black Angus von The Black aus Uruguay. Flanksteak sind mittlerweile nicht mehr so der Geheimtipp. Jeder kennt es mittlerweile. Hier haben wir ein Flanksteak aus Uruguay und zwar von The Black. Das Besondere daran, dass der Farmer und Produzent einfach zu 100 Prozent nachverfolgbar ist. Das heißt, wir können wirklich jeden einzelnen Schritt nachverfolgen. Wie ist das Steak entstanden? Woher kam das Tier? Wie hat es gelebt? Die Tiere dürfen da unter freiem Himmel einfach auf diesen grünen Feldern in Uruguay leben, grasen, fressen, werden 120 Tage mit Getreide zugefüttert und dadurch haben wir einfach ein unglaublich tolles Produkt. Wenn ihr bei den Nongane Videos nach Flanksteak sucht, werdet ihr schon relativ viele Zubereitungsarten finden. Ich mache heute noch mal ein bisschen was Neues oder was anderes und zwar werde ich so zubereiten wie die Rib-Eyes, die ich auch auf den Wettkämpfen mache. Dazu nutze ich eine Marinade. Kleiner Tipp von mir, eine Marinade könnt ihr euch natürlich super selber herstellen, wenn ihr eure Lieblings-BBQ-Soße nehmt, die mit ein bisschen Rinderfond mischt, das Ganze darin einlegt. Ähnlich mache ich es heute auch. Ich habe eine Soße aus den USA bekommen, die ich gerne mal testen möchte und die nutze ich jetzt dafür. Das heißt, zu gleichen Teilen Rinderfond und von dieser Soße beziehungsweise Marinade das Ganze vermischen und dann legen wir das Flanksteak da rein, sodass schön alles bedeckt ist und das Ganze geht jetzt für circa anderthalb bis zwei Stunden in die Kühlung und darf ein bisschen durchziehen. So, das Black Angus Flanksteak von The Black hat jetzt zwei Stunden Zeit im Kühlschrank durchzuziehen. Ich werde es jetzt aus der Marinade nehmen, trocken tupfen. Und dann schauen wir uns das mal an. Man sieht ja schon beim rausnehmen, wie sich die Farbe geändert hat. So, das Ganze vorsichtig trocken tupfen. Und jetzt geht es sofort auf dem Grill weiter. Ich habe den schon vorgeheizt, schön hochgeheizt, werde jetzt das Flanksteak von beiden Seiten so circa fünf Minuten scharf angrillen. Dann schauen wir mal bei die Kerntemperatur und dann bin ich mal richtig gespannt, was The Black hier zu bieten hat. Ich habe das Blanksteak von The Black hier zu bieten. Das Black Angus Flanksteak von The Black auf dem Grill, auf der direkten Seite, scharf angegrillt von beiden Seiten. Ein schönes Grillmuster draufgegrillt. Habe es dann auf circa 59 bis 60 Grad im Kern gezogen, habe es runtergenommen, lasse es jetzt noch einen kleinen Moment ruhen und werde es dann gleich anschneiden. Und dann präsentieren wir euch mal den Garpunkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Black Angus Flanksteak von The Black ist fertig. Aufgeschnitten bei 59 bis 60 Grad im Kern vom Grill genommen. Ich werde es jetzt sofort probieren. Man kann schon sehen, der Garpunkt ist perfekt getroffen für mich. Das Geniale am Flanksteak, durch die Form habe ich Teile, die etwas mehr in Richtung Medium Rare sind und Teile, die schon ein bisschen mehr in Richtung Medium sind. Also ist für jeden was dabei. Ich gehe in Richtung Medium Rare. Gucken wir es mal hier an. Lässt sich schön auseinanderziehen, butterzart. Ein unglaublich intensiver Geschmack. Richtig genial. Die Marinade ist nicht zu dominant, finde ich super. Man schmeckt hier, man sieht es auch, hier ist so eine kleine Fettader, die durchgeht. Das schmilzt richtig im Mund. Ich habe jetzt hier noch so einen kleinen Finisher, den würde ich noch testen. Mal ein bisschen was drauf geben. Absolut genial. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, bestellt euch mal das Black Angus von The Black aus Uruguay. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Das Flanksteak ist schon mal ein absoluter Wahnsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Bonsai. Bis dann, euer Bonsai.